ja leute was geht euer tun sie es wieder mal um diese punkte stadt und herzlich willkommen zu einer obergeilen neuen folge und das natürlich wieder auf meinem channel würde ich mal sagen heute gibt es mal eine naja etwas andere art von video kein gameplay oder keine riesengroßes haus oder was auch immer was ich im minecraft bauen könnte kein rennen in gta oder keine weltrettung in dein leid oder irgendwas anderes heute gibt es mal saftiges pack opening und das natürlich in black ops 3 würde ich mal sagen ich tue fünf gewöhnliche vorratslieferungen öffnen und hoffen natürlich sehr dass ich was seltenes oder was legendäres vielleicht sogar bekommen könnte oder was epic oder sowas oder wenn es sogar noch gibt noch ein ton sie modus draufpacken und noch was geileres bekommen aber irgendwas einfach irgendwas cooles vielleicht gibt es ja auch schöne dinge die normal sind werden wir sehen wir begeben uns zu schwarzmarkt und ich öffne genau fünf pakete der maul alter ich habe selber zu tun so und ich würde mal sagen da tausche ich jetzt mal kryptos ein und let's go normal aber krank krank oh mein gott oh mein gott dieser modus erst so aktiv würde ich mal sagen richtig aktiv nice 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 epic epic das gehe ich mir erst mal schnell angucken hier auf es ist glaube ich schrotflinte gewesen oder was noch immer wir machen wie den schritt jetzt einfach mal schein weg schritte hier das ist ja dicker das erinnert mich an diese black ops 2 tagen sie mal krank aus aber episch gezogen die sagen gleich beim ersten paket warum kann sich immer so laufen frage ich mich gerade let's go ab zum nächsten paket meine lieben freunde und aber auch noch etwas seltenes saftiges gameplay volltreffer bitte ok ist krass krass ok ich würde sagen öffnen wir direkt mal das nächste paket aus epische seltenes und jetzt auch schon wieder selten legendär und ja 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 oh mein gott alle drei sachen in einem paket ja oh mein gott könnte zu skalieren dieser modus wenn der aktives ok nice und let's go direkt zum nächsten paket schon wieder selten ja 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 sogar für die locus was ist das vorrätige vorrätige legendär und die kann da ist es war ganz normal aber die tagen ist mega crazy direkt zum nächsten paket aber was für euch dahin immer gucken was hier die locus gebracht hat ja das ist irgendwie schon ziemlich krank aus und das ist noch recht dunkel das passt sich irgendwie der natur an quasi ich packe es jetzt einfach mal drauf vielleicht sieht das im spiel dann noch cool aus es ist zwar nicht die allerschönste farbe aber wenn ich sie schon mal freigeschaltet habe dann kann dann kann ich ja wenigstens schon mal probieren so ich glaube dass das letzte paket wenn es sich ganz immer gucken und könnte eintauschen und mal gucken normal okay noch mal und auch noch mal aber das sieht auch noch cool aus das ist mir ehrlich kratzer ist richtig dünner ja da die tarnung sieht ja ganz okay aus ja das war's jetzt eigentlich schon am schluss habe ich nur noch normale sachen bekommen aber in einem paket einfach alle drei dinge legen der art episch und selten dieser tron simonus wenn da anders würde ich mal sagen also ich hatte auf jeden fall sehr viel spaß und was das allerwichtigste bei diesem video ist es natürlich dass ihr auch spaß hatte und ja ich hoffe das ist der fall wenn das der fall ist wünsche ich mich richtig für den fall dass sie das noch nicht gemacht hat über ein abo freuen ihr könnt auch gerne kommentieren wenn ihr möchtet und daumen nach oben lassen da lass noch mein gott deutschkuss geschwänzt und ja auf jeden fall dass sie ein hater sein würde ich mal sagen die hand ist ja ok doch eigentlich muss das echt mal gesagt werden für fall dass ihr hater seid solltet ihr einfach nur selbst mod begehen das wäre echt schön auf jeden fall dass er ein normaler und cooler zuschauer seid viel glück und viel erfolg in eurem leben ich hoffe ihr erreicht alles was ihr erreichen wollt oh my gosh digger haut rein und immer schön positiv denken peace out my new friends euer tun es ist irgendwann wieder mal und es ist und es ist ein blick am start